Hey Leute und herzlich willkommen zum weiteren Minecraft Let's Bluff in meinem Kanal. Heute spielen wir eine ganz normale Runde Minecraft Bad Wars auf dem Revenseer-Server. Und mit dabei ist... ist, 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 ist... kein... Oh, sorry Leute, für den Schluck auf. Ist kein Freund. Wundersicher. Hä? Lukas, warum ist der Futter? Du schlag dich her. Also Leute, ganz gechillt bleiben. Und ähm, Leute, das mit dem eigenen Server, das würde... Also... Na ja, Leute, wartet. Also so einen eigenen Server. Mit so ganz bestimmten... Also, wo ich halt so Sachen zock drauf. So vielleicht 1 vs. 1 Maps oder so, was ich so... Was mir so bauen, ich und meinen Freund. Ich glaube, das könnte cool werden. Wir wollten es heute schon probieren, aber das Server ist... Nur so für kurze Zeit, das war so ein günst... Also ein Free-Server. Weil irgendwie die Kritikkarte von meinem Vater... Die lautet... Piep! Leute, die... Ach... Die Kritikkarte von meinem Vater ist einfach nicht gegangen. Ja, Leute, deswegen... Ja, müssen wir halt jetzt... Da so zocken... Auf dem blöden... Blöden, 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 coolen Server. Und das erste Bett ist schon weg. Das ist es nice. Und ich bin in der Mitte auch nicht, weil da einfach kein Gold spawnt. Oh, da her, ne? Das bohrt anscheinend kein Gold. Ich meine es auch egal. Dann baue ich mir halt weiter zum Gegner. Okay, sprühe ich runter. Alter, Leute, das wird noch eine Runde. Jetzt werde ich euch noch zeigen, was das noch eine für Runde wird. Dann werden wir schon bogen. Und wir haben es in der Mitte gebaut und haben keinen Bogen. Das finde ich mal richtig nice. Okay, Leute. Ein Goldspawner ist eingenommen. Sagen wir mal. Leute, Leute. Er bleibt da hängen. Leute, ich hätte ihn so geil... Also, so geil nicht, aber am Ende hätte ich ihm so einen Hit gegeben. Eigentlich hätte er taugen gehen müssen. Und einfach, wie jeder schon einen Bogen hat. Jeder. Jeder. Leute, Leute. Leute, dort. Das war der erste von den allen. Leute. Einfach nur YOLO. Ihr habt das war auch ein Hack, weil... Das ist so inseln umgedreht und mir dabei geschlagen. Ich glaube, da war ein Hack dabei, aber... Das juckt mich jetzt. Ich habe jetzt ein komisches Bett. Ich habe... Oh. Ja, Leute. Jetzt fliege ich einfach da runter. Was ist mit mir los? Und die Aufnahme ist gerade eigentlich ziemlich spontan. Ich habe so gedacht, was soll ich jetzt aufnehmen? Jetzt so Challenge für euch... Habe ich keine. Wieder schnell keine machen. Bin jetzt ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock auf die Challenge jetzt gerade. Und... Ähm... Sie haben mir so gedacht, hä, was mache ich denn jetzt? Und auf einmal müssen wir auffallen. Eine Runde auf Review Bad was, weil ihr das zur Zeit richtig oft spiel. Alter. Bemerkt ihr mich? Oh, der hat mich bemerkt. Oh, Leute. Da. Und... Oh, Leute. Was gibt denn der für Hits? Also, Leute. Das war gar nicht irgendein... Ding. Also, es gibt der für Hits. Das ist ja abnormal. Aber ihr mag die Map. Die finde ich nicht richtig... Oh. Leute. Für Minecraft. Alter, Leute. Alter, Leute. Ich hasse solche Gamer. Die ganze Zeit. Aber die ganze Zeit mit dem Bogen spammen. Durchgehend. Ich sehe von dem nichts anderes. Und von dem datet mich jetzt nicht runter. So geht es dir nicht. Ich hasse all... Ich hasse dieses Game. Einmal... Oh. Leute, jetzt... Deren Bett ist so safe down. Und sie ist ja halt ununterbrochen am Bogen machen. Oh, Leute. Ich brauche noch eine extra so runter. Um ihn zu töten. Und was passiert? Er denkt sich schon... Heute will er nicht sterben. Und stirbt auch nicht. Leute, jetzt muss er... Alle, ich hasse mein Leben, Leute. Leute, Leute, Leute. Ja, er ist tot. Gut, Alter. Weil, alle, ihr hättet... Ihr hättet so gekostet, wenn das Bett jetzt weg wäre. Ihr hättet gegen das so gehasst. Weil einfach sie die ganze Zeit abfacken tun. Und dann... Wie nennt sie ja noch. Und das ist jetzt eh schon der letzte. Das letzte Team. Grün greift sie grad an. Okay, Leute. Das können meine Chance an. Oh, Leute. Knapp. Schaffen wir ihr Bett. Leute. Leute. Leute, wir haben die Runde. Wir haben die Runde einfach, Leute. Oh, first boy, anscheinend. GG. Okay, Leute. Dann war es so ein spontanes Video. Dann, ähm, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihr Daumen noch um da. Und ein Like, natürlich. Äh, Daumen noch um. Like ist gleiche. Okay. Und ein Abo. Wenn euch das Video gefallen hat, hoffe ich schaffen wir mal so 30. Oh, so Leute. Fürs Mikro. Ich brauche mal 30, 40. Like, leider Abos meine ich. Das wäre mir ziemlich, da wäre ich ziemlich froh, oder? Und auf jeden Fall, Leute. Dann bitte zum nächsten Mal. Und ciao.